Montopoli in Valdeano ist eine Gemeinde mit 11.148 Einwohnern in der Provinz Pisa in der Region Toskana in Italien. Geografie Die Gemeinde erstreckt sich über ca. 30 km². Sie liegt ca. 45 km westlich der Regionalhauptstadt Florenz und 30 km östlich der Provinzhauptstadt Pisa in der klimatischen Einordnung italienischer Gemeinden in Der Zone D. 1714 G.R.G. Einige Ortsteile liegen am Arno. Zu den Ortsteilen zählen Kepent, Castel del Bosco, Marti und San Romano. Die Nachbargemeinden sind Castel Franco di Soto, Palia, Pontedora, San Miniatur und Santa Maria Amonte. Geschichte In Montopoli wurden Spuren der Etrusker aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. gefunden. Danach wurde der Ort wahrscheinlich von den Römern bewohnt. In Dokumenten wurde der Ort erstmals 1017 erwähnt. Bis 1162 unterstand der Ort dem Bischof von Luca, dann wurde er von Pisa übernommen. 1222 wurde der Ort von Florenz erobert und an Luca zurückgegeben, aber bereits 15 Jahre später abermals von Pisa eingenommen. Weitere Kriege um den Ort entfachten, bis Montopoli sich am 12. Juli 1349 freiwillig Florenz unterstellte. Mit diesen wurden sie Teil des Herzogtum Toskana, durchlebten die napoleonische Besatzung und wurden Teil des geeinten Italien. Sehenswürdigkeiten Conservatorio di Santa Marta, um 1598 entstandene Kirche, enthält die Werke Rieserresione di Lazaro von Lodovico, Cardi, Ilzigoli und Madonna con le anime del Purgatorio von Santi di Tito. Oratorio di San Sebastiano, 1507 fertiggestelltes Oratorium, welches nach dem heiligen Sebastian genannt wurde. Palazzo dell'Enticke Cancel Irie, im 15. Jahrhundert errichteter Palazzo. Palazzo dell'Vescovo e del Podesta, im 13. Jahrhundert errichteter Palazzo. Pieve di Santa Maria Novella im Ortsteil Mati, 1332 errichtete Pieve, enthält das Fresco San Pietro Chirisanaello Storpio von Matteo Rosselli. Söhne und Töchter der Stadt. Giovanni Battista Caccini, Architekt und Bildhauer. Isidoro Falchi, Arzt. Gemeindepartnerschaften. Torrella dei Lombardi, Provinza Villino, Italien. Maus in Le Alpies, Frankreich. Verkehr. Der Ort liegt an der Strada di Grande Comunicazione 4NC Pisa Laivorno.